Ja, eigentlich will ich nur eine Aufnahme machen heute, aber... Wenn sich das schon so anbietet, mach ich halt zwei. Sechs Getreide. Reicht schon wieder für Brot. Drei Stück... äh, zwei Stück ist zwar nicht viel, aber... in Ordnung. Ich möchte hier vielleicht mal was ausprobieren. Sieht das was aus? Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst bestimmt, was ich vorhabe. Habe ich die Hacke dabei? Nee. Die Hose... Wir können es immer probieren, bis es dann reif ist. Aber ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, was das Reifen angeht. Ich male da mal Fackeln hin, damit es ja schön hell ist. Mal schauen, ob es was wird. Halt noch eins hoch. So, sammeln wir das alles wieder ein. Dann... Da... Uah... Okay... Wenn wir da runtergefallen wären, ne? Ja... Ja... Okay, in die Richtung kommt's. Das Haus... Also... Hier wieder... So, so ist es viel angenehmer. Die allererste Reihe ist immer viel anstrengender. Ha, das schöne Lied. Das ist wirklich ein sehr schönes Lied. Aber vielleicht ein bisschen laut, weil ich habe mal meine Aufnahmen angeschaut und da war die Lieder fast schon ein bisschen zu laut. So... 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 Und... Zack... Hallo, Hundi. Oh, oh... Fuck, der ist tot. Oh, fuck, ich habe den Hund umgebracht. Äh, das war jetzt wirklich nicht beabsichtigt. Entschuldigung. Na toll. Der Tierwörter! Der Tierwörter! Der Tierwörter! Der Tierwörter! Ja, so mache ich das Dach dann auf jeden Fall. Dann mache ich vielleicht nochmal hier drüben jetzt schnell. Das ist aber der Tierwörter! Einfach mal nach Hause… Dann komme ich was. Das ist ja der Tierwörter! Ich habe die Hau noch nicht gesehen. Ja. No, Mensch. Alles kaputt machen hier. Alles kaputt machen. Moment mal. So nutze ich die Fläche hier nicht. Ich sollte vielleicht allgemein den Weg hier ein bisschen breiter machen. Ja, sieht schon besser aus. So, dann kann das hier wachsen. Gute Idee eigentlich. Oh, wo ist die Druckplatte? Hier ist er. Nee, ist die Falltür. Gut, das kann weg. Und wieder aufs Dach. Du gehst aber weg da. Hoch hinauf. Hoch hinaus. Mist, ich hab die Erde ja verbraten. Na. 32. Passt. Das ist direkt da. Scharf, Mensch. So. Dann kriegen wir wenigstens das Gerüst mal hin vom Dach. Den Rest mach ich dann am Montag oder so. Ah, wenn das so geht. Na, Mist. War mir klar, dass es passieren würde. Schaufel. Schaufel. Und, ähm. Sag mal, irgendwie kommt ein leises Lied nach dem anderen. Das ist vielleicht ein bisschen leise jetzt. Warte mal. Ne, mach mal das. Ich möchte ein bisschen laut, aber es ist gar... Äh... Hä? Gass. 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 Das war's für heute. Oh. Nee, ist doch richtig. Zack und zack und da hoch. Nee, ist doch richtig. Gut, dann machen wir das dann so. Daher mit dem Rand muss ich noch was einfallen lassen. Das geht so eigentlich glaube ich nicht. Hm. Ist jetzt blöd. Was ich aber machen werde. Ich leuchte hier mal aus. Ich habe nämlich kein Bock auf Besuch. Ich muss hell genug sein. Ah, diese Aussicht. Ah, diese Aussicht. Da hatten wir mal einen Kürbis. Da raus können wir uns was zu essen machen, oder? Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber dann mache ich Kürbisse überall hin am besten. Und schau halt, wo sie wachsen. Äh, Melonen. Da geht's in unsere Höhle. Stimmt ja. Uh. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich gehe wieder nach oben und beende dann mal schön die Aufnahme. Heute wieder mal ein bisschen ruhiger. Das liegt daran, dass ich im Moment ein ruhiges Gemüt habe. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist. Ah, wächst sehr schön hier. Und ich würde sagen, hier bei den Hunden habe ich noch Gammelfleisch? Nein. Hier bei den Hunden beende ich mal die Aufnahme für heute. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Minecraft. Bis dahin, Servus.